hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu outwiders und heute geht es um eine mega wumme max dps macht euch richtig fetten schaden auf euer sturmgewehr so muss man sagen denn wenn ihr zu den vorbestellern gehört bedeutet wenn ihr das erdgeborenen set habt was es ja für die vorbesteller gab findet ihr wenn ihr in den eingang hinein schaut bei euch in der bank werden wir gleich sehen hier das sind so diese ganzen erdgeborenen geschichten mp des erdgeborenen lmg und so weiter und so fort und das assault rifle ist halt wirklich richtig richtig gut und das könnt ihr euch nämlich maximal pimpen und ich weiß die art von video gibt es schon mehr als einmal im netz aber heute kommt noch ein kleines gimmick obendrauf was dafür sorgt dass das sturmgewehr des erdgeborenen rebellen noch besser wird noch viel viel besser als allererstes braucht ihr davon erstmal sag ich mal ich würde ungefähr zehn mitnehmen dann so um man braucht auch nur eins nur dann ist der weg relativ lang deswegen würde ich ungefähr zehn gewehre mitnehmen ja lieber gut ich habe nur eins in der bank wie mache ich zehn draus verschiedene varianten wir beginnen mit der langen variante die ich persönlich nicht so gut finde aber wenn ihr noch keine expeditionen freigeschaltet habt dann bleibt euch nur dieser eine weg und deswegen schauen wir den uns natürlich zuerst an und zwar jeder eurer charaktere hat in der bank das set des erdgeborenen also diese vorbesteller boni sind da alle mit drin das bedeutet ihr erstellt euch einfach einen neuen charakter der bekommt dann automatisch das set in dem posteingang der wiederum legt es dann in die bank und so könnt ihr wieder von jedem charakter darauf zugreifen das ist der gedanke dahinter wir wollen von jedem charakter aus darauf zugreifen wir müssen dann leider ein kleines bisschen story spielen habe ich hier mit achtfacher geschwindigkeit vorgespult also im wahren leben dauert das ganze hier acht mal so lange wie ich hier euch gerade zeige und dann wenn ihr hier einmal über das schlachtfeld rüber gemäht seid kommt ihr bereits ja zu der stelle wo ihr eure bank zur verfügung habt bis dahin müsstet ihr dann mit jedem charakter spielen und wenn ich sage ihr solltet nach möglichkeit vielleicht zehn waffen haben bedeutet das neunmal hier vorne diesen schmarrn machen ist natürlich nicht so ideal deswegen gibt es dafür einen besseren weg aber wir gehen jetzt hier zur bank hin dann nehmen wir das sturmgewehr des erdgeborenen rebellen erkennt man immer am schadenswert 339 nehmen das raus und packen das dann vom rucksack ins vorratslager hinein ich habe hier schon ein paar drin liegen damit das ganze nicht so lange dauert und dann kann hier wie gesagt mein zweiter charakter ich habe jetzt bereits hier geswitcht ihr seht das oben links in der ecke stufe 30 charakter der hat jetzt zugriff darauf und wenn dieser charakter auch wieder zugriff haben soll euer level 30 charakter wenn ihr also aus dem eingang das sturmgewehr herausnimmt dann startet ihr anschließend eine expedition und wenn ihr die expedition gestartet habt dann macht ihr nichts anderes ist wahnsinnig einfach sterben sterben einfach sofort sterben rennt hier vorne einmal in die mobs rein da kommen sie gleich und lasst euch verrecken das sind um längen schneller natürlich um mal ebenso zehn sturmgewehre beisammen zu fahren nur halt wieder wenn ihr keine expedition zur verfügung habt dann müsst ihr leider den langen weg machen mit neuem charakter erstellen den löschen neuen charakter erstellen den löschen ist natürlich wirklich ein bisschen aufwendig deswegen ist es schöner wenn ihr bereits die story durch habt expedition gescheitert wunderbar hat 16 sekunden gedauert aufgeben und dann haben wir das item noch nicht dann haben wir es noch nicht wir müssen jetzt an dieser stelle erst noch einmal zurück zur lobby so zurück zur lobby das geht zum glück alles relativ flott und dann wieder das spiel fortsetzen und dann könnt ihr neu auf euren eingang zugreifen und habt dort ein brandneues sturmgewehr des erdgeborenen rebellen drin so gehen wir rüber mit r1 zum eingang und da oben seht ihr sturmgewehr des erdgeborenen rebellen wieder da nehmt das ding raus geht in die nächste expedition rein lasst euch sterben holt es raus lasst euch sterben und so weiter und so fort bis ihr dann wie hier zehn stück habt also zehn vielleicht macht auch 15 müsst ihr selber entscheiden denn wir werden jetzt diese waffen bei dr zahedi upgraden das heißt wir werden erst einmal die variante auf taktisch tauschen und dann achtet auf den schaden was dort passiert wir nehmen das 3 39er waffen stärke gewehr sagen variante austauschen auf taktisch bitte und der wert ist um drei gesunken das ist schlecht immer das nächste gewehr variante austauschen ist ein bisschen ätzend an der konsole ist natürlich am pc schöner mit maus 298 nur das sind schlechte werte was ihr haben wollt ist 370 und drüber deswegen habe ich gesagt nehmt euch zehn mit weil so könnt ihr erstmal in ruhe diese zehn ja umbauen auf taktisch und wenn da nichts vernünftiges dabei war dann kommt der nächste trick wenn da nur schmarrn dabei war dann jetzt ganz ganz wichtig dieses screen dürft ihr nicht verlassen nicht aus diesem screen rausgehen ich hatte jetzt nur schmarrn ich will minimum 370 haben mindestens 370 will ich haben es geht auch über 400 also für die leute die ganz ganz viel ausdauer haben es geht auch über 400 und da wird dann später ganz viel schaden draus werden wir uns das gleich angucken so da haben wir wieder unser drei 39 gewehr bauen wir um auf taktisch wieder ein schlechter wert 325 taugt nix wie gesagt ihr wollt über 370 kommen und könnt halt aber hier wie gesagt immer wieder neu starten ihr braucht euch nicht 19 gewehre zu machen sondern indem ihr den screen einfach verlassen indem ihr alt f4 drückt auf dem pc oder hat hier auf der konsole einfach das spiel abschließt dann könnt ihr noch mal neu diese zehn gewehre wieder variante austausch machen kostet euch also kein neues material und da haben eine 375 das ist schön eine 375 ist schön für denjenigen der nur quick und dirty einen guide machen will ist es eine gute sache 375 ansonsten würde ich gerne an eurer stelle ruhig probieren über 380 zu gehen das ist auch nicht so schwer zu erreichen erst einmal und deswegen ja wenn wir das ganze jetzt ab natürlich solange es blau ist weil blau hochleveln ist billig und jetzt gehen wir damit hoch auf stufe 50 also auf die maximalstufe die für euch möglich ist nach am besten wäre es natürlich 50 wenn ihr bereits 50 machen könnt und dann werdet ihr sehen da kommt schon mal wahnsinnig viel dps raus 90 1200 das ist schon mal sehr guter wert das ist schon mal sehr gute wert aber das ding ist ja noch nicht fertig geupgradet und jetzt kommt gleich der zweite trick an dieser geschichte wie ihr das beste rausholen könnt ihr seht momentan ist da drauf der knochensplitter ist nett nett der kleine bruder von scheiße man kann da gerne was anderes waren seltenheit verbessern verbessern entgegenstand wir bekommen drei mods zur auswahl die wir einbauen können wir bekommen jetzt zufällige drei mods zum einbauen t2 mods auf jeden fall und wenn euch diese nicht gefallen wenn euch diese hier nicht gefallen obwohl hier gar keine schlechten dabei sind wenn euch diese hier nicht gefallen dann auch jetzt wieder bevor ihr irgendetwas tut einfach das spiel verlassen jetzt ist es bei mir so dass es leicht backen wird das kann passieren das kann passieren dass dieser prozess backt ich weiß nicht genau ob es vielleicht daran lag dass ich halt wirklich drauf geklickt habe und diesen eisbrecher da schon mal eingesetzt habe aber bei mir ist die waffe gebackt also dass ihr auch da wisst das kann passieren das kann natürlich passieren dass ihr euch dieses ding geholt habt und dann backt es euch hier an dieser stelle das ist natürlich sehr sehr ärgerlich aber ich habe es extra hier im video mit drin es kann euch halt einfach passieren und das ist natürlich sehr sehr schade wenn das passiert dass ihr dann dort nicht mehr weiter ja ein zweites mod auf die waffe machen könnt daher wie gesagt seid ihr vielleicht ein bisschen vorsichtig mit mit der variante das kann halt wirklich passieren ihr gucken wir ganz kurz hier rein hier sehen wir meine waffe abgegradet das ist hier noch die normale zeit verbessern machen wir jetzt hier noch mal richtig die geschichte wählen ein mod aus ich nehme jetzt einfach mal das mobile das ist ja auch gar nicht schlecht ist gar nicht schlecht das ding das nehme ich einfach mal baue das ein und dann habe ich meine waffe mit knochensplitter und mobile und das schöne ist ihr könnt halt im anschluss halt auch jedes mod wechseln also natürlich nicht beide gleichzeitig aber ihr könnt euch frei aussuchen ob ihr das zweite nehmt oder das erste und deswegen würde ich hier wirklich gucken dass ihr da sagt hey okay beim zweiten ich probiere das ruhig öfter dass ich hier eine gute auswahl habe bei den drei mods zum einbauen dass da wirklich etwas ist was mir ja was mich weiter bringt was mir einfach hilft also das würde ich an eurer stelle auf alle fälle machen aber aber mit der gefahr im hintergrund wenn ihr hier an dieser stelle aus dem spiel herausspringt dass dort dann eventuell wie gesagt eure waffe gebackt ist und ihr gar kein zweites mod mehr draufsetzen könnt das wäre natürlich wirklich sehr schade deswegen passt da auf ihr seht das hier an keinem mod slot ist ein schraubendreher dran das bedeutet ich kann hier momentan aktuell frei entscheiden welches von beiden ich austauschen möchte um dann festung drauf zu machen oder ähnliches das lohnt sich und dann denkt natürlich daran wenn ihr die waffe gemacht habt dass ihr auch die attribute erhöht um da natürlich das maximale an damage rauszuholen also eure rekorde könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben in die video beschreibung würde ich mich sehr darüber freuen hat euch das video geholfen hat es euch gefallen würde ich mich ebenso sehr darüber freuen wenn ihr das natürlich unten kundtut den daumen nach oben da lasst den kanal abonniert falls noch nicht geschehen denn mit locker die verpasst ihr dann hier natürlich kein weiteres neues video und wie gesagt eure max damage zahlen schreibt mir das mal wahnsinnig gerne rein in die kommentare was aber bei euch rausgekommen ist ich danke für's dabei sein ich sag bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie